Betrachten wir ein System mit einem idealen Gas drin. Der Zustand des Gases, genauer gesagt, seine Temperatur T, sein Druck Pi und sein Volumen V werden durch die ideale Gasgleichung beschrieben. Pi ist gleich n mal r mal t mal 1 durch V. Hierbei ist n die Stoffmenge und beschreibt indirekt die Anzahl der Gasteilchen und r ist die Gaskonstante. Dabei bezeichnen wir die Temperatur, den Druck und das Volumen als Zustandsgrößen. Sie beschreiben den makroskopischen Zustand des Gases. Wenn wir das Gas erhitzen und somit seine Temperatur T erhöhen, sprechen wir von einer Zustandsänderung. Ebenso könnten wir das Gas zusammenpressen, damit den Druck erhöhen und das Volumen verringern. Das wäre ebenfalls eine Zustandsänderung. Bei einer isobaren Zustandsänderung bleibt der Druck des Gases konstant. Damit sind Pi, n und r im Gasgesetz reine Konstanten und das Volumen V ist proportional zur Temperatur T. Im Druck-Volumen-Diagramm ergibt sich für ein isobarverhalten des Gas eine horizontale Gerade. Das heißt, die Änderung des Volumens führt nicht zu einer Veränderung des Gasdrucks. Bei einer isochoren Zustandsänderung bleibt das Volumen V des Gases konstant. Dann sind V, n und r Konstanten im Gasgesetz und der Druck Pi ist proportional zur Temperatur T. Im Druck-Volumen-Diagramm ergibt sich für ein isochorverhalten des Gas eine vertikale Gerade. Die Änderung des Gasdrucks führt nicht zu einer Veränderung des Volumens. Bei einer isothermen Zustandsänderung bleibt die Temperatur T des Gases konstant. Damit ist der Druck Pi proportional zum inversen Volumen, 1 durch V. Im Druck-Volumen-Diagramm ergibt sich für ein isothermverhalten des Gas eine abfallende Kurve. Die Erhöhung des Volumens des Gases führt zu einer Verringerung des Gasdrucks. Bei einer adiabatischen Zustandsänderung wird keine thermische Energie vom und in das System transportiert. Bei dieser Zustandsänderung kann sich die Temperatur T, Volumen V und Druck Pi des Gases gleichzeitig ändern. Im Druck-Volumen-Diagramm ergibt sich für ein adiabatisch verhaltenes Gas ein Potenzgesetz. Der Exponent Gamma wird dabei als Adiabatenexponent bezeichnet.